Das kommende Album von Beatrice Egli trägt den Titel Das Beste zum Jubiläum. Das Album erscheint voraussichtlich am 28. Juli über das Label T-Lamo. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.